Wird dein Handy abgehorcht, stelle es selbst fest, indem du auf Telefon drückst, Sternraute 21, Raute drückst und jetzt siehst du überall die Felder, diese sollten alle deaktiviert sein. Ist eines aktiviert, kannst du jetzt feststellen, wer dich abhorcht und das zeige ich dir jetzt. Gleicher Ablauf, Telefon wählen, Sternraute, diesmal die 62, grüne Taste drücken, jetzt siehst du, wer dich abhorcht bzw. die Namen davon. Es kann natürlich auch sein, dass Nummern drin stehen, wie bei mir, diese leiten natürlich deine Anrufe oder SMS um bzw. weiter. Falls du das nicht wünschst, bitte in den Einstellungen selbst deaktivieren.